Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter, wir befinden uns in Hagen bei der 13. Biertrinker Weltmeisterschaft. Unsere Finalisten aus Deutschland und Polen haben sich hier in den ewigen Hallen versammelt und mit Kraft, Mut, Durst und Eifer bis ins Finale gekämpft. Dabei mussten sie die verschiedensten Disziplinen bestehen. Schocken, Flunkiball, den Stiefel, Affensauf, Looping Louis, die Finale Disziplin. Ein Fass Bier auf X in 23 Sekunden, aber nicht dieses Fass. Sondern dieses. Wagt ihr es? Wagt ihr es? 2 , 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 12, Nies, 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 Nies. tienes her. Jaaa! 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 Alle Jungs sind Tiger! Jawoll! Jawoll! Wir haben einen Tiger! Wir haben einen Tiger! Glückwunsch! Aber wo warst du gerade eben? Na ja, das sah schon hier ziemlich heftig aus. Und dann bin ich rüber gegangen, zu Gasthaus Müller. Und hab ich probiert, ob es klappt. Und jetzt muss ich sagen, hat es funktioniert. Und was hab ich hier nochmal gemacht?